Ich möchte eines der Bücher aus meiner Lieblingsreihe vorstellen, und zwar von Jasper Fortz, die Bücher von Thursday Next. Das Buch, was ich vorstelle, heißt Im Brunnen der Manuskripte. Es ist eins von fünf Büchern, die er geschrieben hat. Sie spielen alle in einem Paralleluniversum, in dem die Bücher und die Menschen nebeneinander existieren. Die Menschen leben in einem fiktiven Staat, Großbritannien, und dieser Staat ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Er befindet sich noch im Krippkrieg, es gibt eine autonome Republik Wales, und die Aufgabe von Thursday Next ist es immer, die literarischen Gestalten von den Menschen zu trennen. Sie gehört einer Spezialeinheit an, und sie erlebt dabei ganz viele Abenteuer. Sie muss in die Bücher reingehen, muss teilweise was in Ordnung bringen, was für Schrecken sorgt. So ändert sie zum Beispiel den Schluss von Jane Eyre. Sie muss aber auch Klone von literarischen Figuren durch die Welt jagen, die dann plötzlich als zehnmal Shakespeare auftauchen, oder Hamlet ist wie eine Epidemie plötzlich über das Land verstreut. Es gibt Mammuts, die dann manchmal die Autobahn blockieren. Ihr Ehemann, von dem sie ein Kind bekommt, wird genichtet. Er existiert nicht mehr, auch nicht in Erinnerung der Menschen. Und sie muss in diesem Buch hier, muss sie in den Brunnen der Manuskripte, dort wo alle Bücher entstehen, eintauchen, und als Nebenfigur in einem unbedeutenden Kriminalroman sich verstecken, damit sie nicht selber wiedergefunden wird. Die Bücher sind absolut abenteuerlich. Sie sind keine Fantasy in dem Sinne, sondern sie sind lustig und ein ganz großes Vergnügen für Menschen, die Interesse an Literatur haben, denen die ganzen Anspielungen Spaß machen und die genauso viel Fantasie haben wie der Autor. Vielen Dank.